Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play I Wanna Be The Guy. Beim letzten Mal sind wir in diesem Bild hier stehen geblieben und haben zum Verrecken einfach nicht diesen Sprung auf der anderen Seite hier hinbekommen. Okay. Ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ja, das muss wir jetzt wieder ansterben. Wow, was war das jetzt? Was hat denn der da jetzt gemacht? Was war das jetzt? Geht's hier weiter? Oh, das sieht schon wieder so unappetitlich aus. Oh, ey. Unfair. Ich hätt's ja besser gefunden, wär da oben noch ein Speicherpunkt gewesen, aber... Wir könnten ja net zu uns sein. Das geht ja gar nicht, wenn man net zu uns ist. Ja, ey, so'n Scheiß-Sack. Nun, jetzt sind wir wieder hier oben. Was? Nein! Wir hatten's fast geschafft! Das hat ne Abneigung gegen unser Spiel, das weiß ich. Das kann uns einfach nicht leiden. Okay. Nein, 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 nein. Gut. So, jetzt sind wir wieder hier oben. Ja, schön, dass du keinen Doppelsprung mehr machst, ey. Ah. Das liebe ich so halt, du dummes Kind. Ah. Wir sind immer wieder hier. Was? Ey. Nein. Oh, Mann. Das zeichnet mir die ganz komische Einschaf, dass ich mir immer auf der Unterleitung kauen muss, wenn ich noch hier gerade im Wasser machen will. Was war das gerade für ein rosa Punkt da, oder diesen lila Punkt? Ich weiß nicht, ob ihr es auch gerade gesehen habt, aber ich hab da auch einmal so'n lila Punkt gesehen. Der hat mich jetzt gerade total abgelenkt. Also, also, gerade eben so für ein paar Sekunden. So, ich bin mal wieder verreckt. Ich hab mir ja schon lange nicht mehr. Ja, sterben. Sterben ist echt so'ne schöne Sache in dem Game. Tut man selten. Ja, tot. Ich glaube, würde ich für jeden Tod in einem Wunderbieter gar einen Euro kriegen, wäre ich reich. Aber das wäre echt praktisch. Für jeden Tod einen Euro kriegen. Dann würde mir das Spiel auch Spaß machen. wieder hochjumpen. So. Wir hätten ja sagen können, dass wir jetzt nochmal auf diese Plattform landen. Aber das hätten wir uns nicht gebracht, weil die Couch oder diese Sofas schon ausgefahren sind. Und die kann man ja glaube ich nicht noch einmal benutzen. Das ist immer wieder. Hat hier oben. Ah, geschafft! Ah! To enter the place of the guy, you must collect the six units. You, Swap, return to the beginning. Wui! Wo sind wir denn hier? Wie sagen wir nicht mal unsere Schleife auf? The Guy's Fortress! 10.000 km, wollen wir uns jetzt verarschen? La 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 la! Wie? Wui! Wo? Boah, nein! Unfair! Ah, bis gleich! Hier sind wir wieder! Und wir sind hier! Boah, dieses Auto, das ist saukool, ey! Aber ich finde es jetzt vorirritierend, dass wir unsere Schleife aufhaben! Das ist... Cool! Wollt grad sagen, wir sind überhaupt einfach da noch so schnell... Wir springen da sauweit nach vorne, aber... Aber... Oh! Ich komme hinterher! Oh, nee, doch nicht. Hätte ja sein können. Aber darum ist der Mond. Und... Oh, ja, Stachel. Juhuhu! Äh... So, speicheln wir noch einmal hier und... ...verdammt! Verdammt! So! Nein! Gut! 10.500 Kilometer noch! Oh! 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 Unfair! Kann man die nicht kaputt machen, die Fische? Die kann man nur wegschießen! Bleibs weg von mir! Stürz! Oh, sind das viele! Nein! Nein! Ah, cool! Na... Fast! Yeah! Booster! Booster! Ja, verkackt! Aber ich glaube, wenn der Mond da jetzt dann auf der anderen Seite ist, dann heißt das, wir haben diese Tour, sag ich jetzt mal, geschafft. Und nee, wieder verkackt. Gladeonsfigur! Die ist das Größte auf alle Zeiten. Der Kitt! Nein! Geht! Ähm, nein! Jetzt packt er sich da drinnen fest! Alter, nein! Das kann doch jetzt echt nicht wahr sein! Also irgendwie geht mir die Musik total auf die Nerven. Die passt jetzt irgendwie grad gar nicht dazu. Und dann kommst du mir nur so vor... Was war das jetzt? Mir ist mir aufgefallen, die... Ach, keine Ahnung, was mir beim Aufgefallen ist. Weil es ist ja klar, dass wir nicht hinterherkommen. Okay. Und... Gut, haben wir schon wieder verkackt. Gut, 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 wir ballern euch alle zusammen, ihr seid in Todegewalt! Gut, jetzt sind wir mal wieder hier. Ja, klar, es kann ja... Es kann diese Mistgeburte nicht mal einen gescheiten Sprung machen, ohne dass... Gut, gut, gut... Bis letzter als Verzabel. Fische! Gut, gut... Gut... Gut, gut, gut... Weil wir jetzt... Ach... damit ist es doch so einfach schon wieder verkackt nein weil er sich schon wieder irgendwo festbanden musste wir machen uns nichts aus wir sind schon wieder einen von wenigen objekten hier soll es unten bleiben geschadet und geschafftes was war das jetzt wieso ist er wieder so nach vorne gestammt so selbstmobattentäter style gut uns hat kein einziger fisch berührt gut mal wieder verkackt wieso verkackt und wieso einen simplen schönen sprung wird gerade sagen cool ich bin jetzt gar nicht so unpraktisch dass ich bin ich hier vor das dinge stelle mal wieder verkackt ja bin ich jetzt nicht wir sind speed gar nicht lustig dass wir teilweise schneller sind als das gefährt wird so ein schaß okay ich muss jetzt sagen wir sind jetzt die letzten zwei parts richtig weit gekommen bin ich jetzt echt zufrieden mit mir ja klar jetzt hätten wir den sprung gefasst anstandlos geschafft wir waren sozusagen sagen ja toll dass wir jetzt bekomme ich so jetzt haben wir wieder unsere fische geschafft ja klar wieso musst du dich doch wieder festpacken man ich hasse das game das packt sich immer fest ich bin genauso ich bin noch schneller als das ding hier ja geschafft speichern böse das ist gar nicht jetzt mal so schwer das ist eigentlich ganz schön ich hier was das ist böse boah 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 das oh nee wie unfair ist denn das oh das ist ja übelst unfair aber ich weiß auch was diese wall dinge hier bedeuten sollen das sind sozusagen diese die abteile hier okay ja ne gleich ist die zeit zu Ende ich darf das jetzt gar nicht überziehen okay noch ein versuch und dann ich habe mich jetzt echt versaved nein doch nicht oh ich habe es krank gedacht okay an dieser Stelle werde ich jetzt auf dem park benden boah bis zum nächsten mal boah